Stufe 4. Es kommt heute wieder auf euch an. Ihr habt gestern einen super Job gemacht. Es gab nur Lohn von allen Lehrern. Wir hatten ein mini-mini-Problem mit der Dieterle. Das war alles gewesen. Und auch der Stein lernt dazu. Ich habe jetzt vorne an die Spielpläne nochmal die Nummern geschrieben, in welcher Reihenfolge ich bin. Also ihr müsst erst zu der 1, dann zu der 2, dann zu der 3. Okay? Ihr habt da super gut drauf und da kann eigentlich überhaupt nichts passieren. Bitte wieder dran denken, viel auswechseln, den Kleinen helfen und vor allen Dingen sehen, dass die Truppen zusammenhalten. Das ist ja ein Turnier, was ihr gemeinsam mit den Kindern macht, ohne Lehrer. Und das hat gestern so gut funktioniert, dass wir uns sicher sind, dass das heute genauso gut funktioniert. Also, Auswechsel ist wichtig, Gruppe zusammenhalten ist wichtig und dann, Frau Köhler kann eigentlich noch gut sein. Wir treffen uns um 5 vor 9, wenn das letzte Spiel angefangen hat, im ersten Schuljahr. Sagt ihr den Erstklässlern, viel Erfolg beim letzten Spiel. Nach dem Spiel geht ihr in eure Klasse. Treffen wir uns wieder hier und dann gebe ich die Listen für das zweite Schuljahr. Okay? Das muss heute ein bisschen schneller klappen. Um 5 vor 9 treffen wir uns hier oder besser um 8 vor 9, weil dann fangen die Spiele, die letzten Spiele im ersten Schuljahr an. Sofort hier hinkommen, dann gibt es die Zettel fürs zweite Spiel.